Unterwegs in den Walliser Alpen, hoch über dem Lac de Mausson, an der Grenze Schweiz-Frankreich. Rechts hier die Pointe-Terrasse, wo ich hergekommen bin, zur Aigie Charmant. Links im Hintergrund der Monarch, der Mombla, der höchste Alpenberg. Rechts um die Gute, vorgelagert links, Montmodit, Mombla-Dit-Aquil. Nach links, Dandigea, die kühne Nadel, teilweise sichtbar, Grancholas, davor die Aigidru. Und nach links, Aigie Vert, Le Drat, Le Courte, Triolet und Aigie de Chardonnay. Besten Dank und allen gute Touren! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!